ARD Text im Auftrag von Funk Du sagst, es gibt Krieg, anstatt der es richtig mit Trolling macht Nein! Leo hat den Beef begonnen! Nein! Leo hat mit der Scheiße begonnen! Also perfekt! Wo haben wir denn EpisodeCraft? Da! Wo haben wir denn die Wasserstoffbombe? Luca, ich habe doch kein Backup gemacht Ist mir auch egal Nein, ich habe einen Wann, wo ist die? Ich bin dann im Monat oder so aktiver Was? Schön Ich bin dann im Monat oder so aktiver Ja, aber das bringt jetzt eh nicht mehr Weil die Bombe, äh, hochgerger Da, ich krieg Leo sein Haus Perfekt! Wo haben wir es? An der Cernity werde ich wieder bringen Schön, das freut mich Ja Leo nach Wenn Leo jetzt lief, wird er nur noch Videos mit Tom und Nico auch Wie kann er? Mir egal Ich weiß, was die nichts können Vielleicht ab und zu Dings, Videos mit mir vielleicht Wie kann man eine Wasserstoffbombe hochjagen? Stell dir mal vor, Leo wird jetzt dadurch aktiv Ah, mit flitten Stil! Perfekt! Das wird doch toll Ich hätte auf Leo schon von vornherein einfach keinen Bock Seit der Teenager begonnen hat Aber ich habe keinen Bock auf den Uh, uh, das sind coole Partikel Ach, oh, wie schade Ah, es leckt Da, Kappa Schön Gleich wird hier alles schön kaputt sein Ich lade dann einfach die Map wieder hoch Mach das! Mir egal! Wenn ich die auch springe Ich nehme alles auf Okay Da, perfekt holen wir uns TNT auch noch Der kann sich auch hochladen, weil Leo ja nicht im Talk macht Ich mache, was ich will Ah, hier hat die erste Bombe Ah, schön! Ah, Leo ist ein ganzer Berg ist weg Uh, hübsch Uh, ah Lass mal ein Haus in Ruhe Ah, ich habe mein Haus sogar mit Und die Spinks alles mitgesprengt Spinks wurde auch mitgesprengt fast Ja, moin Aber das war ein Haus in Ruhe Ich habe mit den Leo sein Haus gesetzt Eine Und Herr, hast du dein Haus auch gesprengt? Ähm, vielleicht Vielleicht wurde es ein bisschen mitgesprengt Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Ja Ja Bist du dir ganz sicher? Ah nein, mein Haus ist noch ganz Ah, das wird in die andere Seite gesprengt Uh Na gut Loll Das war sauknapp Das war wirklich Drei Blöcke Nehm Zirka neben einer Insel hat Ist da gerade aufgehört Oh ja Wir haben nur jetzt einen riesigen Boss hier halt Skate of Harbringer of Doom Ah, hi, wer bist denn du? Warum haben wir jetzt einen Boss? Der ist gespawnt dabei Stirb zu stück Irgendwas Warum hat Leo eigentlich kein Bock mehr auf Spinks? Ähm, weil man kippt Inaktiv Ja Ne Weil er irgendwie Ah, er ist ein Drachen Sie hat kommuniziert wurde angeblich Was hab ich ihm getan? Ich hab seine Dinge geschehen Aufland und ignoriert uns wie soll man ihn triggern? Ich hab nie was getan Ob in Relay Überall Also ich hab nie sowas getan Überall Überall Genau Da, die Spinks Sprengen wir auch Ah, da ist der neuer Weg Ich bin wenig hoch, ich wette mit dir Du kannst sehr viele Sachen raus Nein Und Wegen Leos Account Wenn man sich Keck nennt Und wen die ganze Zeit Keck nennt Ist es nicht schwer sein Account zu finden Hä? Ich hab nur Leo der eingegeben hier nicht Oh, man findet ihn halt so einfach Ah, es geht mir leid Es geht mir leid Aber dein Haus War halt mal auch schön Ja Du bist ein Spaß Oh, danke Was hab ich dir getan? Mein Name ist Frau Noch ist nichts kaputt Ja, das ist aber zu lange gebraucht so ein Laden Ich hasse dich Mein schönes Eis Ah, dann Ich hab den privaten Account gelegt habt Ah Hä? Ich hab nichts getan Ich hab nichts gesagt Ne und ja Und dann hätte ich mir Keck auch schon denken können Guck Sag ich ja Sein Account ist nicht schwer zu finden Ah Uh Uh Diese Bombe ist schön Ah Das sind die ganzen Spinks Kommands Okay Ah, mein Zuhause geht es sogar noch ganz relativ gut Oh nein Oh nein Doch nicht Oh nein, mein Haus geht es doch nicht gut Aber ich Ey Ich mein, mein Gasthaus ist noch ein bisschen da Ich mein, man könnte auf der Couch dort schlafen Alter, eine Bombe ist halt so stark Ey, nur das Problem ist, ich hab glaub ich sieben gesetzt und gleichzeitig gesprengt Ja Die Welt muss leiden Und eins davon war bei dein Haus Ich konzentriere mich eher aufs Programmieren, würde ich sagen Ja, kannst du machen, kein Problem Ist mir in Youtube eh nicht so viel Hoffnung Also Ja, mach ruhig, mach ruhig Ist doch alles gut Oh Lukas Ey, ich weiß nicht was du hast, ich fühl mich richtig frei Und der besten ward kurz ich drop da meine Items Schön, ja, ich hab alles gelöst Du freut sich gleich Castflow, Pixi-Tay-Tay-Tay-Tay-Tay-Tay-Tay-Tay Das war auch mal hübsch, muss ich sagen Das Haus war wirklich hübsch, Skalee Lol, der Berg war echt voll groß Oh, das ist ne tote Vieh Jetzt fliegen wir noch zu Fadi Ja Bei Lukas ist alles möglich, Digga Was heißt denn das jetzt schon wieder? Was ist denn dein Problem jetzt? Das, dafür leid jetzt dein Haus auf Du musst das älterin austicken Und dann weiß man halt nie, was passiert Legt euch nie mit den Österreichern an Glaubt mir Leos selbst schuld, wenn er mich immer getriggert hat Er wollte so Favi, dein Haus Ich bin leichter für mich immer aggressiv Da Favi, dein Haus hat sieben Atombomben Wasserstoffbomben Man hat 1,2,1 gemacht Nein, Skalee, bitte zügel deine Wortwahl Hab ich gemacht Und nicht, dass sie nicht Leonat seine Sachen Weil sonst kommt der Leonaten weg Ist ja traurig Ah, ich hab gerade keine Ahnung wie viel Damage gemacht Aha Favi Favi Ich flieh da eh nicht hoch Ey, Favi, hast du gewusst, dass unter deinem Haus ganz viele Tiere sind? Was? Ja, ich hab gerade bei seinem Haus sieben Wasserstoffbomben gezündet Favi 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 Ja, lass mich doch einfach alleine Lass mich doch einfach dann alleine Mach Singleplayer, mach das Singleplayer die Map Spiels alleine Red mit Spings und Singleplayer Favi Favi Ist eh nie aktiv und Leo hat eh kein Bock darauf Also, es ist eh egal Mach dir eh keinen Unterschied Ich musste da auf dem Server spielen, weil sonst werde ich nicht als Spieler erkannt Ja, mir egal, dann kauf dir eine Server, wo du allein drauf bist, um 3 Euro Keine Ahnung Favi 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 Favi